Hey Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Runde Belfi 3 Noch einmal ein Noscher-Kanäle Wischiwaschi Okay, hi Oh Hab ihn Lass mich mal nachladen Das Nachladen dauert hier voll lange Lass, lass mal hier nach rechten Lager heilen, oder? Ja Nein, 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 nein Nein, ich hab's nicht mehr geschafft Ich hab mich, ich hab grad zum Defi immer Okay, 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 okay Ja, mach mal Okay, komm Wir verlieren! Hey! Habt ihr mich gelehrt? Wir verlieren! LOL Hatten wir mich denn noch... Die Asphalt ist so ne Assi-Waffe Die P30 Weiß ich Bin ich? Spawn ja Okay, warte Ich will hier zu den Bahnen gleisen Wo bist du ein Glanz? Wo bist du ein Glanz? Okay, ich... Ich lauf den direkt deren Weg Ja, ich hab's nicht gesehen Ja, ja, das ist... Gute Idee, aber ich glaub Oh nein! Der ist im Haus Äh, der ist rausgerannt Und... Und... Hehehe 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 Geil Egal, ich... Ich leb schon wieder Ich wurd von nem anderen wieder weg Komm, lass die mal runter Neee Komm lass die mal runter Ooh Ich mag es nicht wie nicht Bitteschön Scheiß Shotgun-Typen Ja, ich bin einfach schießend um die Ecke gekommen. Ich habe gerade die Führung verloren. Okay, komm, hier lang. Oh. Oh. War der Fall schon. Erstmal verbündet. Ja, warte. Wo bist du? Ich sehe dich gerade nicht. Ach, da. Okay, komm. Aber lass mal weiter Richtung Halle vor. Komm. Ich wasch gerade schon in die Halle rein. Oh Gott. Bitte, Moritz. Ich belebe mich wieder. Ich bin tot. Vor der Halle. Ich brauche Hilfe! Das ist ja eigentlich schon. Stop. Ich probiere jetzt mal die Auk-A3 aus. Dann habe ich zwar noch gar nicht geladen, aber... Spawn sind nur nach dem Reichstag. Egal. Oh. Ah, ich kann bei niemanden spawnen. Spawn einfach bei Moves. Ich spawn bei Tiefenliga. Spawn, komm. Spawn. Ich auch. Die Auk-A3 scheiße. Gestempelt. Eins gegen eins verloren. Ja, Lukas, und wenn du eins gegen eins verlierst, dann... Ja, da gewinnt ich ja mit der M1911 mehr eins gegen eins. So wie jetzt. Oh nein, bitte nicht. Ich hab auch schon eine Scheiße. Also... Ich glaub das ist ja geil. Da ist ein Fahrzeug, Alter. 50 Kinder. Oh, ich weiß wie viele da sind. Ich hab auch jetzt mal einen anderen Ausbruch. Alter. Das gibt's nicht. Bord mal bei mir, wenn ihr könnt gleich. Ja, wenn ihr könnt, gleich. Weil ich in den Containern bin. LOL Achtung, da ist noch einer. Da ist mich noch einer. Flock mich doch nicht. Ich war nicht. Oh Gott, Granate. Nein, nein, nein. Nein, mich hat sie mitgenommen. Wiederblieben. Ja toll, jetzt hat er mich bekommen. Oh, wie schade. Oh, das sind noch drei AP. Oh, und jetzt benutzt du auch noch unser Medi-Kid, ne? Ich krieg zu viel. Ich spomm mal, ich spomm mal, Jani. Mann, Alter, ich schieße so oft No-Scope zurzeit. Ja, rat mal, woher das kommt, ne? Ja. Ja, ich mach das immer. Ja, aber es ist hier. Ja, ich komme. Brrrr. Umweg. Doch, da. Ich krieg mich jetzt auch immer hin zum Nachlagen und so ein Zeug. Nein, du. Das ist eigentlich voll unnützisch. Ey, ich glaube, du wirst weniger getroffen, wenn du beim Nachladen ein paar Runden sprintest, als wenn du dich hinhockst. Alter, da hab ich noch ein Gegner bekommen. Wartet ihm auch nicht? Oder ist einer gewesen? Alter. Oh, die Garnade hat er weggebrochen. Hat jemand Muni? Ja, wir sind dran in der Aufnahme. Oh mein Gott, wie spasst du. Moritz, warte mal auf mich und heil dich mal. Du bist doch sani. Ich sag's, du gleich stürzt. Ach, du Fick, Alter. Da hinten. Das ist ein Sniper da hinten. Der Typ, den ich mal kenne. Boah. Der Typ, der hinten in der Scheune ist ein Sniper. Ja, also. Ja, ja, ich... Was ist der Typ da hinten in der Scheune? Sniper. Ach so. Sicher, dass du's verstanden hast, oder? Äh, wo war der Sniper noch? Sniper. Feindlicher Sniper. Ein Prozent Leben, das gibt's nicht. Ah, okay, tot. Ey, spawnen wir mir, Jonas. Nimm ne Distanzwaffe. Okay, das ist ne richtig geile Position. Hier, ne? Ey, ich hab meine P90. Und keine Munition. Jonas, ich lauf mal los und versuch vielleicht wie mit meiner Pistole noch ein bisschen. Nein. Da ist schon ein bisschen recht. Ich hab aber grad keinen Ratschlag. Voll geil, Alter. Voll geil, Alter. Ach, scheiße. Was musst du machen? Was musst du machen? Ich hab die jetzt einfach zu. Ich hab die jetzt einfach zu. Du bist mehr. Los. wieder da ich bin Charlie hä der ist weg wer ist weg du nein da nein rede ich chinesisch dann klappt nicht bei euch im Squad, ich bin bei Lukas im Squad hä übersehe ich dich oder was hast du gerade gespawnt ne, gar noch nicht, ich warte da was du scheiße ich sehe doch Lukas über mir in der Tabelle ich bin jetzt bei Jonas auf dem Dach bleiben doch der ist bei uns im Team aber ich sehe ihn nicht in der Liste Moritz allein denkt man nicht immer ich bin blöd ja aber ich seh dich doch hier nicht, das kannst du dir gerne in der Aufnahme machen äh ich hab dich eben auch nicht gesehen Jonas wie fliegt man mit diesen Drohnen noch mal hoch der Taste das ist jetzt bei mir auch kann nicht mehr zu sein ganz toll mal meine Drohne ist zu fett abzuheben ja so jetzt aber ach vielleicht sicher habt ihr ein Sport mehr platziert ja ich hab ein Sport mehr oh voll am flamen ja natürlich ist es unser nicht da ok ok Jonas da ist einer links soll ich mal ein Karütze reißen schau also Moritz hat ne Blasenschwäche hehehe ja hehehe schau wüsst du was Moritz mal gemacht hat er hat sich bestimmt mal in den Hosen gekriegt oder? nein der hat mal ins Waschbecken geschissen oh das ist klar nein also Leute das dürft ihr nicht sehr ernst nehmen dürft ihr nicht sagen was wir gelästert haben oh da hab ich wen gekillt Jonas hier hinten das Dach ist geil feindliche Sniper gesichtet feindliche Sniper in eurem Gebiet er war aber auch noch ein Bargeld nein ok ist doch nicht so geil hast du zwei Beine an deiner Sniper? nein also in Amokationsraum wurde ein feindlicher Soldat gesichtet ich hab gerade Zugverschluss gerade drin danke Alter ich auch wo bist du jetzt hin Jonas? immerhoffen da nein auch gemacht hat ach da bist du jetzt ja Alter Alter so ich bin weg na toll von wo? von wo? von wo? nein nein ich ich geb's auf zu snipen jetzt S4 98 hm? hast du die? hast du die? wohl ich weg gewollt hier hat jeder ja hast du die grad ausgerüstet? nein ich denk's von mir ich bin bei Findus wo ist denn der? keine Ahnung das ist der so sicher ach da Jonas ist das aber wir müssen jetzt mit Sport wo er mit Sie viel kletzt er sich hinzu wenn er dann sagt du wieder da dann boom beierst gibt einen schönen Effekt ich wusste immer ab und ein Fälle Jonas ne also das sagenhaft ne also ich hoffe nicht jetzt hier so lange hin dass er kommt Schade, dass ich jetzt gerade ein Sliper hatte. Warum kommt man mit einem Schmatzen, das ist so schlimm. Mit Schmatzen? Nein, aber wenn man schwimmen würde... Oh nein, die haben einen Panzer! Weißt du, ich stehe da grad richtig schön am snipen mit der P90 und was ist... Ha! Kopftreffer mit der P90 auf 100, 200 Meter Distanz! So nass! Oh! Ich hab's ne Sekunde zu früh, Alter! Was? Ja, der war ganz angenehm. Hey Muth, guck mal! Stell dich mal hier hin, bitte! Ah! Ja, zu groß! Seid mir auch ganz! Ey, guck mich mal an, Moritz! Ein feindlicher Scharfschütze! Wiederhole! In eurem Gebiet ist ein feindlicher Scharfschütze! Oh! Oh! Hast du die Punkte bekommen? Nein? Hier unten! Ich will endlich mal auf die Liste kommen, Alter! Zum gerankt sein! Boah! Ein bisschen mehr! Das bleibt sogar in Ever übrigens! Könnt ihr mich adden? Heißes Schnittchen 99! Heißes Schnittchen 99! Ja! 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 Heißes Schnittchen 99! Das sagt er, das ist wirklich! Das musst du dir angucken! Okay, morrigt sich! Ring jetzt wenigstens, um nicht wieder zu lehnen! Ich auch! Ich hab 100 Punkte kassiert! Ich bin nicht auf der Tabelle! Der Wiederbelebungsschlampe! Ja, Jonas! Warum? Ähm! 18 Kills, 3300 Punkte! Ja! Ich hab halt Flaggen beobachtet! Achso! Flaggen! Sag das doch gleich! Oh, tot! Nein, ich hab nur Headless! Headshots gegeben! Mit einem Sniper! Aus nem Kilometer Entfernung! Alter, mein längster Headshot! 999! Von allen Seiten! Ich geh jetzt snipen! Ich hab vorhin zu snipen! Aber irgendwie... Achja! Das ist nicht so einfach! Oh, fuck! Sniper E96! Ich hab keinen Bock mehr, wenn die so nen Tank haben! Ja! Ich fähig nicht! Ich fähig nicht! Ich fähig nicht! Das... Du bist sauber! Du bist so gepeinigt! Pff! 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 Oh, ihr habt immer den Armst! Was? Pff! 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 geschoben ihr müsst wissen wo es gerade die Grafik hat alle wieviel waren das? 40€? 40€ Wert bloß ne Schurkenregel das viel kommt also ich muss sagen das 12er Scope ist für die Verhältnissinnig geeignet für welche Verhältnissinnig? 10, 20 Meter Alter da hat man nur den Kopf hoch das gibt es nicht das gibt es nicht das gibt es nicht warte ich mich nicht auf mit schwimmen Moritz, einer warum geht es nur der Leiter ins Wasser Moritz, Rufi, ich schwimme ey du musst jetzt nach oben gehen weil ich kann nicht bei dir schwimmen komm mal rückenschwimmen los Moritz jonas rückenschwimmen los jonas konzentration jonas wie schwimmt der eigentlich das habe ich aber anders gelernt er macht die Bewegung vorwärts und er schwimmt rückwärts die solche Bewegung kannst du machen es mit bei den um die die Wände zu verbrauchen dann kannst du dich nur noch an die Wand drücken klar dann drückst du dich einfach an die Wänden ja? ja nein also guck mal rechts auf die Map man sieht nur die ganzen orangen Pfeile da so weglaufen weglaufen und Jonas ein Fall so rückwärts da lang mhm oh du fuck Jonas wir stehen he ein Fahrzeug zum neuem Operationsgebiet gerät nein da ist einer da ist einer komm du siehst nein ja jetzt 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 okay bin bei dir da ist einer hab ihn ah ich bin tot gleich ich auch ich muss mich retten Moritz auf dich zu retten beliebt uns wieder nein da seid ich auch nicht ich lebe ich lebe ich lebe ich sterbe ich sterbe ich sterbe ich sterbe ich ich geh in mein Bach zurück tschüss Leute ich bin weg wohl er habe ich ich hau jetzt auch aber ja nein ich stehe weg 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 ich lebe es mal kurz hoch die wieder weg ne ich bin hier grad im Bach fach 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 außerdem sind wir beide Sniper außerdem sind wir beide Sniper hier Alter wie sie hier grad alle gehalt gekeilt mh n 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 hat er mir einen KG geklaut, Moritz, ich hab 9-0-1-Dich Oh Moritz, bleib nicht mal so ne wieder Nein, ich hab's nicht Ne, lass das mal, bitte, bleib nicht mal so ne wieder Jonas, ich bin da nicht gespawnt, ich bin mit einem Fallschirm auf dem Tor Alter, wie viele Leute hier auf die Fallschirmspringer schießen, die auf dem Turm wollen Ja, ich bin auch auf dem Turm Warte, ich stepp sie in die Sportbank, die du hast Moritz, fährst du jetzt mit nach Schweden? Oh, ich will auch gerne Hä, wieso fährst du mit? Doch Eigentlich schon Mal sehen Ist so, das wär richtig krackig, sonst Ich kann nicht mehr so beschrieben und alles Ich weiß, ich hab's gemerkt Ich hab meinen ersten Kill und das mit einer schallgedämpften A96 mit 7-fach Scope auf 300 Meter Distanz Was? Äh, die Gegner haben wieder ein Fahrzeug Äh, die Gegner haben wieder ein Fahrzeug Mann, ich wär grad auf dem Tower gelandet Oh, ich glaub ich hab sogar vorletzten Kill gemacht Oh, unser Squad hat gewonnen Oh, unser Squad hat gewonnen Macht's, tschau Tschüss Tschüss Tschüss